Wenn ihr jetzt in der Bibliothek kommt, dann wird der Betz sein, leider. Nein, es ist ja gestern so. Wir haben ja eigentlich nicht damit gerechnet. Wir haben aber etwas vorbereitet. Wir sind brav wie wir sind. Ein bisschen Alter hat aber ein bisschen Respekt. Da bereitet man schon was vor. So wie in der Schule. Schau mal. Nein, aber um es ab den Punkt zu bringen, noch einmal vielen herzlichen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für uns bedeutet. Weil wenn ich immer sage am Anfang, willkommen zum Veteranentreffen, ist ja nicht so selbstverständlich, dass man uns so aufmerksam zuhört. Und in diesem Sinn, vielen, vielen herzlichen Dank. Aber jetzt kommen ja viele Jungen noch, das sind besser keiner, oder? Und weil ich ja die Ehre und das Vergnügen hatte, mit Georg Tanzer fast 14 Jahre zusammenarbeiten zu dürfen, dieses Werte dürfen wir es jetzt an diesem Punkt, das nächste wird, zu spüren. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Vielen Dank.